In diesem Video geht es um das Uwe von einem Deutsch. Es war einmal ein Kater, er war vor dem Herrn Thunfisch. Er kauft alle Thunfisch-Sotten im Supermarkt. Der Kater wurde so fast, so dass er vegetarisch wäre. Der Kater hat eine Maus getroffen und hat sich verliebt. Aber die Maus war sicherlich nach Popcorn, so mit Wodell. Der Kater wieder fährt. Das war meine Deutsch-Zeit. Gespann-Katera-Forten. Ciao!